Ich bin in einem Familienbetrieb aufgewachsen und habe so das handwerkliche Geschick mit auf den Weg bekommen. Heute begeistert es mich, in verschiedenen Situationen kompetente und vorausschauende Lösungen zu präsentieren. Ich habe Spengler und Sanitärinstallateur gelernt. Nach der Lehre habe ich den Chefmonteur gemacht, anschliessend die Meisterprüfung und mich danach als Energieberater weitergebildet. Dort steht die Übernahme des Familienbetriebs an. Als Spengler-Sanitär habe ich das technische Fachwissen vom ganzen Gebiet. Darum kann ich als Energieberater mein Wissen an unseren Kunden unabhängig vermitteln. Wichtig ist, unserem Betrieb professionell und präzise zu arbeiten. Das ist auch das, was im Dammbauernverein höchste Priorität hat. Darum versuche ich unserem Familienbetrieb die Begeisterung und die Präzision des Trommlers weiterzugeben. Auch so entsteht die Qualität. Das ist der Kompany. Abtlager-Antholat. Ihr versteht die Kamen.